Hier sehen wir den Aufbau eines Lichtwellenleiters. Dieser besteht aus dem Kern, auf Englisch Core. Auf der linken Seite ist der Glasfaserquerschnitt abgebildet und es ist zu sehen, dass der Lichtstrahl durch den Kern geleitet wird. Um den Kern herum gibt es eine Verkleidung, auf Englisch Cladding. Diese ist dafür zuständig, dass der Lichtstrahl, der durch den Kern geleitet wird, immer wieder an dieser Verkleidung reflektiert wird, um so durch den Kern transportiert werden zu können. Die Verkleidung ist von einem Überzug umgeben, der auf Englisch Coating heißt. Danach folgen feine Fasern zur Zugentlastung, auf Englisch Strain Members. Das Ganze ist umgeben von einem Mantel, der auf Englisch Jacket heißt.